Ein Mensch! Was? Viele Menschen! Oh mein Gott, bin ich froh, euch zu sehen! Ich hab schon gedacht, ich... Ich wäre der einzige Mensch auf der Welt. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hab keiner mehr da. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Stefan Mayhofer. Wo sind deine Klamotten, Stefan Mayhofer? Ach, die, ja. Weiß nicht, also... Hab ich verloren? Nee, nee! Die wurden mir gestohlen. Ja. Von wem das denn? Von Cheetah oder was? Äh, von jemand... Wie das vielleicht? Äh, nee, aber... Aber ich würd sie nehmen. Also, wenn sie passen, ne? Beeil dich! Wir marschieren gleich weiter. Du willst ihn doch nicht etwa mitnehmen, oder? Du willst ihn hier lassen? Das ganz andere Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Ich weiß nicht. Das ist doch ein Freak. Alles klar, Leute. Nicht weit von hier ist eine Hürde, da gibt's Proviant. Was soll der Scheiß? Wo fährst du die? Die ist für Notfälle. Notfälle? Ich dachte nur, unser Feind ist bewaffnet. Und ein einziger Bedrohlicher, den ich wie sie jetzt gesehen habe, bist du. Hey, bleib mal locker. Wer furchtelt denn hier mit der Knarre rum? Zwingt dich ja keiner mit uns zu gehen. Du kannst sie haben, wenn's dich beruhigt. Ich hoffe nur, du hast so'n Ding schon mal benutzt. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. So was kann man sich böse verletzen. Gib sie ihm zurück. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Okay, hier lang. Ich habe meine Hürde. Ich habe meine Hürde. Ich habe meine Hürde. Im Läu-Komme, immer der Schrammer. Vous sind die Ohr, in der Saal. Und zum nächsten Mal. Ich habe sie im Tr Sur. Und zum nächsten Mal. Wir müssen uns mal sehen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Im Einfachen, aber da habe ich. Ich bin ein bisschen. Vielen Dank.